Wir machen das auch ganz kurz, immer nur einen schönen guten Morgen. Wir sind aus Essen gekommen, aus Unifilikum Essen. Ich denke, dass eigentlich ganz Deutschland, zumindest alle Krieg aus Deutschland, auf euch gucken. Wir haben im Jahr 2006 auch einen Landstreik gehabt, 16 Wochen. Damals ging das zum Karinvertrag, man wollte uns reingeben. Von daher haben wir auch etwas Streik-Erfahrung. Wir haben damals einen Streik festgestellt, dass ein Streik relativ locker anfängt. Und wenn er sich in die Länge zieht, ihr seid ja so ein bisschen Streik, dann wird das von Dach zu Dach zehren. Deswegen sind wir auch gekommen, um euch zu sagen, haltet durch. Wir gucken in jedem Fall auf euch. Wirklich bleibt pänferisch und Glück auf. Ja, wie gesagt, vor kurzem, ich wollte auch nicht Jonas zeigen, wie er es sagt, wie historisch das ist, was ihr macht. Und welche Leuchtkraft gerade von Berlin aus geht, das ganze Land. Ich hoffe einfach, dass ihr einen Flächenbrand auslöst und frage uns auch, weil die Bude brennt und wir es euch nachmachen. Viel Erfolg. Möchte noch jemand reden? Ich habe ein Mikro vor. Dann gehst du zurück, ne? Möchte noch jemand reden? Vielen Dank.